Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute von ganz anderer Städte und zwar sind wir in Dubai, weil es natürlich in Amerika, wie im letzten Video erzählt, keine Autos gibt und wir einfach keine Alternativen haben. Habe ich einfach mal die Gelegenheit beim Shop gepackt und habe mich in den Flieger gesetzt, bin in Dubai geflogen. Und hier bin ich jetzt und wir sind gerade in einem Teilbereich von Dubai. Ich habe eigentlich mir einen Händler rausgesucht, wo ich hinfahren wollte und habe totale Maulsperre, weil ich seit 10, 15 Minuten durch so ein Autogebiet, das ist wie eine Autostadt, hier stehen unendlich viele Autos. Das zeige ich euch gleich mal alles. Jetzt steigen wir erstmal aus und gucken erstmal, ob hier was bei ist. Weil das Problem ist natürlich, auch hier gibt es von diesen Unfallautos enorm viele und wir müssen halt gucken, dass wir saubere Autos kriegen. Wir wollen immer noch Autos kaufen mit saurem Carfax, die keinen Unfall hatten und da wird es schwierig, weil hier sind unendlich viele Autos, aber wir müssen halt die finden, die qualitativ so hochwertig sind, dass wir sie für euch kaufen können. Also ich bin jetzt etwas hier rumgegangen. Das Problem ist, dass viele, viele Autos hier stehen. Also man sieht das glaube ich im Hintergrund. Es geht 360 Grad in jede Richtung so, aber viele Unfallautos. Hier habe ich jetzt einen Mustang zum Beispiel, wenn ihr über den sehen könnt. Der ist schwarz. Da habe ich jetzt gerade mal eine Carfax-Abfrage gemacht. Der war mal grau ursprünglich, der sieht aber so auch ganz schick aus. Also bisher muss ich sagen, ist die Suche relativ ermüdend, weil nachdem ich jetzt gefragt habe und mich auch als deutscher Händler geoutet habe, kommt halt hier die Aussage, dass 90% der Autos Salvage Title haben und Unfallautos sind. Deswegen die Suche ist schwieriger als ich dachte, muss ich gestehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist riesengroß hier. Da bin ich jetzt gestern ehrlich gesagt relativ chaotisch einfach erstmal draufgefahren und habe erstmal die Händler angefahren, die ich mir dann rausgesucht habe. Das war relativ enttäuschend, weil viele Unfallautos, Salvage Title, keine Carfaxe. Also klar, Carfax ergab aber nicht das, was man lesen möchte, sondern total schäden. Ja, heute versuche ich das Ganze etwas strukturierter anzugehen. Ich habe mir so eine Map runtergeladen, wie die Händler hier aufgebaut sind und versuche das jetzt einfach systematisch anzugehen, weil wenn ich jetzt heute wieder völlig chaotisch durch die Gegend fahre, komme ich morgen wieder und denke, ach Mist, war ich hier schon, war ich da schon, habe ich den Händler schon besucht, da geguckt, hier noch nicht geguckt. Deswegen mache ich das jetzt heute etwas mit Systemen und fange jetzt an, das auch für die nächsten Tage vernünftig anzugehen. Was ich mittlerweile rausgefunden habe, oder was heißt, was ich rausgefunden habe, was ich weiß ist, es gibt zum einen diese ganzen Unfallautos, die den klassischen Weg auch gehen, in Amerika kaputt gefahren werden, Carfaxeintrag übers Ausland und hier wieder verkauft werden. Und es gibt Autos mit sogenannten GCC-Spezifikationen, also Gulf Coast, also die extra für diesen arabischen Raum hier gebaut werden, die auch zum Beispiel keinen Carfax haben. Wenn man die Fahrgestellung mal bei Carfax eingibt, es zeigt dann nur an, dass diese Fahrgestellung noch nicht verfügbar ist. Die wurden halt extra vom Hersteller für diesen arabischen Raum gebaut und hierhin direkt verschifft. Und da ist die Frage, diese Autos, wo du mir jetzt von vielen Händlern gesagt seht, oftmals die, die unfallfrei sind, die kosten natürlich dann im Umkehrschluss wieder dementsprechend Geld. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir überhaupt irgendwas finden können, was für uns interessant ist. Tja, da bin ich dran. Ich hatte gestern einen, der war, das war so ein GCC, also so ein Gulf Coast Auto, das war ein Ford F-150, 2014 oder 15er Baujahr, glaube ich. Der war ganz in Ordnung, hatte nicht so eine bombastische Ausstattung, hatte eigentlich gar keine Ausstattung, also Stoffsitze, kleines Display. Stoffsitze, muss man dazu sagen, haben die hier halt oft, weil es hier einfach unfassbar heiß ist. Also in meinem Leihwagen hier habe ich auch Stoffsitze, weil wenn du schwarzes Leder hast, du gehst kaputt. Du gehst einfach kaputt vor Hitze. Dann mache ich das immer so, übrigens eine Randbemerkung. Ich habe gerade getankt, das ist hier die Tankquittung, ich weiß nicht, ob man die lesen kann. Ich habe getankt 54 Liter für 133 Diram. 133 Diram rechnet man mal 0,23, das ist ungefähr der Umrechnungsfaktor. Das sind knappe 30, 31 Euro. Das sind 55 oder 56 Cent pro Liter. Kleine Info am Rande. Dann gucke ich immer natürlich, wie gesagt, nach unfahrfreien Autos und muss jetzt dazu gestehen, dass das hier immer relativ schwierig ist, so ein Ding vom Zustand anzugucken. Deswegen habe ich mir hier so ein laxschichtiges Messgerät gekauft, weil hier mit Sand und Dreck und allem, da siehst du auch nicht immer alle Beschädigungen. Das ist so ein Ding hier, so sieht das aus. Das hält man von hier unten einfach auf den Lack und dann zeigt er hier oben im Display eine Zahl an. Das ist die Lackschichtdicke in µ wird die gemessen. Klar, die Werte variieren, was da angezeigt wird. Ich sage mal, alles so um 100, vielleicht auch 200 µ, sagt man, ist der Serienlack. Und dann fängt es an, dass es schon kritisch wird. Und wenn dann gespachtelt wurde irgendwo, dann sieht man halt, dann schlägt das Ding aus und geht halt auf 600, 700, 900 oder über 1000 µ und dann weiß ich schon, dass da eigentlich gespachtelt wurde oder lackiert wurde. Dann nehmen wir in der Regel schon Abstand von solchen. Ich wollte euch das einmal zeigen, wie das abläuft mit diesem Lackschichtdicke Messgerät. Also erstmal, das funktioniert nur auf Eisen, also auf Alu-Teilen und natürlich Kunststoffteilen funktioniert es nicht. Ich habe jetzt hier einen Explorer, den zeige ich euch jetzt mal eben. Hier messe ich mal, ob man das sehen kann. Wir haben einen Wert von 130 µ. Das war vorne links. Jetzt gehen wir am gleichen Auto. Einmal rum. Messen jetzt mal vorne rechts. Ähnliche Stelle. Da kommen wir schon auf 378 µ. Schon wesentlich höher als die andere Seite. Und wenn wir hier mal gucken, hier sind wir schon bei 845 µ. 1078 µ. Und das geht halt immer so weiter. Das heißt, die ganze Beifahrerseite ist hier lackiert und deswegen fällt er für uns raus. Aber wir geben nicht auf, wir suchen weiter. bisari über 30 µ. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.